Und so viele Tote, die sie hier untergebracht haben. Klar, die Verluste waren sicher groß in dem Krieg, aber so hoch? Vor allem, wenn die alle dann vergraben werden. Oder werden müssen. Da war ich schon, aber das sah gerade so verdächtig aus. Das braucht vielleicht hier doch irgendwo, wo ich kann. Gut, das machen wir trotzdem in unseren Schrein. Der ist... Oh, Eingemetzel. Und ein Boss, Blytheist. Die haben jetzt alle irgendwas mit Blythe zu tun. Der andere hatte doch auch schon irgendwie so einen Namen. Da geht's nirgends. Hm, haben sie sogar was liegen lassen. Ich will nicht wissen, wie oft die schon was liegen lassen haben. Und ihr euch an den Kopf klatscht und sagt... Also wirklich, das musst du doch sehen. Okay, das ist ein Event. Das machen wir aber erst mal die da platt, die da eh schon sind. So, wie sieht's denn hier aus? Wir nehmen es in den Worten. Aber wir haben ja eine neue Tasche gekriegt von dem her. Kann ich ja schon einiges mitschleppen jetzt inzwischen. Dann starten wir mal. Hm? Dieser Schrein ist verdorben und muss gereinigt werden. Hall of Steel. Da brennt es unter meinen Füßen. Hm, der hat ja einiges fallen lassen. Schrei gereinigt. Einen, die muss ich uns gut erhalten. Okay. Aber mein Busch hat dran glauben müssen. So, wir machen hier bei der Kröte. Und kriegen diesmal den, die Umwandlung. Sehr schön. Den Live Leech, auf den ich ja scharf war. Okay. Oh, schieß mal hier. Manchmal nicht ganz so zuverlässig. Und wir wollten ja doch mal da unten reinschauen. weil das doch weit ab ist und von dem her unabhängig sein muss von der Hauptquist. So, wir kommen da jetzt mal rein. Die schwarze Kraka, okay. Gucken wir mal, ob das noch was Kleines ist oder was Größeres. Geister hat's auf alle Fälle mal. Hule. Bei der könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die immer mal an der anderen Türe ist. Mal Türen hat's da ja echt genug. Da brechen sogar die ganzen Totenköpfe schon runter. Die irgendwie oben drüber gelagert sind oder alles besteht hier aus Totenköpfen. Woisten doch Может zu erweitern. So. Feuer. the ... ... ... ... ... Da ist ein Boss dabei, Wallbahn, die wandelnde Seele, könnte natürlich auch wieder so ein Kopfgeld-Tür auch sein, obwohl der war jetzt auch recht easy, nichts schweres. Da muss ich wieder aufpassen. Es könnten irgendwelche brückeligen Wände da sein. Ich hatte Level ab, gell? Tja, da ging es mal irgendwie weiter und da hinten sieht man auch, oh, da ist auch wieder ein Schrein auf der anderen Seite. Das heißt, es könnte hier tatsächlich auch ein bisschen größer sein. Was bestärken wir dann? Eigentlich wäre das schon schön, wenn ich das hier noch ein bisschen stärke. Diese Passivsachen hier sind ja auch Angriff im Leben. Wenn ich schon da nachgehen will oder da drauf so ein bisschen Schwerpunkt machen will, dann sollte ich das vielleicht doch ausbauen. Und ja, ich habe bewusst jetzt keine Stuntpunkte verteilt. Also ich hebe mir das gerade mal ein bisschen auf, falls ich irgendein Gegenstand bekomme. Ich muss mir dann noch bestimmtes da fehlen, damit ich das dann da drauf packen kann. Hier links? Ähm, da geht es gar nicht durch. Wollte grad sagen, ob es hier noch mal weiter geht, aber ich glaube, da ist ein Einsturz. Möchte ich aber trotzdem grad mal gucken. Ja. Okidoki. Erstmal orientieren hier in diesem Schachbrettmuster. Jetzt sind wir bald 50, hm? Dann haben wir Halbzeit. Oh, ok. Ein Durchbruch zu einer anderen Ruft. Da ist ein Schatz, aber da kommen wir noch nicht ran. Eine Kiste. In diesem Schränken, da können wir auch nichts anfangen. Da geht es schon wieder weiter zu der nächsten Ruft. Da könnte jetzt eine Kraft-Kruft an der anderen sein. Und die wird in diese dann immer verbunden durch solche Gänge, wo sich irgendwas durchgegraben hat. So kommt es mir jetzt zumindest gerade vor. So. Man kommt jetzt hier auch gar nicht so rüber. Mal erst hier durch wieder durch einen Gang. Oh, spinnen mal wieder zur Abwechslung. Ich halte mich jetzt mal bewusst in der Richtung. Damit wir mal zu dem Schreien kommen. Dann gucken wir das andere dann noch später an. Gut, dass das immer wieder so ein bisschen blinkert. Ich hab mich auf die ganzen Haugen sonst tatsächlich völlig übersehen. Weil die sich so schön in die Landschaft einfügen. Die toten ja eigentlich auch. Die liegen dann irgendwo in so einer dunklen Ecke. Ich meine hier, okay, das sieht man schon. Aber manchmal sieht man es ja überhaupt nicht. Die sind jetzt hinter mir gespawnt, also wie so ein Hinterhalt. Oh, was weiß ich. Ein Skelettwünsche. Plagius, der Gebrechliche. Uh, lauf weg. Das könnte jetzt so einer sein, so ein Kopfgeldtyp. Uh, ekelhaft. Guck mal her. Ist ja super. Jetzt warte ich erstmal, bis das Rote da weg ist. Ich weiß gar nicht, was das ist. Vorher ist es keins. Es ist eher so... Ich hab doch einfach nur so ein Live-Leach. Aber irgendwas tolles gedroppt hat er nicht. Meh. Okay. Da ist unser Schrein. Aber ich glaub den müssen wir diesmal nur... ...wieder aufbauen, oder? Ja. Ja. Mit kochendem Blut. Jetzt laufen wir nach außen rum. Guck mal, das Lok da geht's noch ganz schön tief runter. Und das ist jetzt die andere Seite. Verstanden wir vorhin. Ein Secret. Mit vielen, vielen grünen Items. Die trocken jetzt viel häufiger, hab ich das Gefühl. Da bin ich rausgekommen. Jetzt würde ich aber gerne noch hier die Nordseite angucken. Da hab ich noch nicht geguckt. Überhaupt der Raum? Nö, da ist nichts Besonderes mehr. Okay. Dann verteilen wir mal unseren Devotion-Punkt. Was für ein Durcheinander. Eigentlich, das wollte ich gar nicht. Ich möchte gerne hier... Da kann man nämlich unsere Kröte... ...vollständigen. Und die Kröte hat jetzt keinen... ...keine besondere Attacke oder sowas, die man einbauen kann. Aber halt einfach gute... Die hat jetzt nichts mehr, gell, oder? Hm, das sind alle vier. Ja, schön. Dann machen wir als nächstes noch die Fledermaus. Ich glaub, die Fledermaus war's. Ah, das sieht so aus, als ob wir das bald hier hätten. Da ist ganz still. Da ist gar keine Hintergrundmusik. Nur dieses... Dieser Wind oder dieses Rauschen. Da geht's auch runter. Aber nicht für uns. Entschuldigung. Na ja. Ja. Kommt der noch mal raus? Nein, das ist leider normal. Ne, das ist nur noch mal so eine Ecke. Kein Geheimgang oder sowas noch. Das ist ein guter Letzt. Ein paar Spinnen, die wir hier aufschrecken. Da ist nix. Ich guck mir noch mal die Map an. Sieht aber gut aus. Hier war ja das eine. Das war deutlich an der Map. Da ist auch noch so eine Bute, aber ich glaube nicht. Was ist das jetzt hier für ein Geräusch? Braucht mich was? Da könnte noch was sein. Das ist auch so ein dicker Strich. Ach, da schießt noch einer. Nicht mit mir. Hier, aber da ist tatsächlich nix. Ne. Gut. Dann haben wir die kleine, nämlich auch die kleine, das kleine Dungeon. Ich wollte gerade sagen Instanz. Boah. Wie man es nimmt. Dann. Den haben wir gereinigt. Mehrere Ebenen scheint es auch nicht zu haben. Ah, okay. Ich glaube, dann porte ich mich mal aus. Geht schneller. Ach, der ist auch wieder da. Sagt er was Neues? Unser Feuer wird die Unreinen reinigen. Äh, jetzt, da ihr hier seid, was werdet ihr tun? Ich werde Empyreons Zorn all jene spüren lassen, die gerne beschmutzen. Mit dem Fleck beginnen, das hatten wir auch schon. Okay. Ich werde dich in der Tome der Watcher, nur über die Seale des Ligurien. Ja, 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 ja. Alles klar. Okay. Dann werden wir als nächstes... Ah, da hinten wird noch ein Zipfelchen. Das machen. Und dann natürlich da oben. Aber in der nächsten Folge. Bis dann.